Halleluja! Preist den Herren kostbare Leute, die sind hier bei einer ganz enormen Feier in der Kuh und in der Kinder. Und eine geheilte Frau, sie war ein Kuppel und zu dem Gebet von dem Mann Gottes kann sie jetzt gehen. Ist eine ganz, ganz, ganz wahre Sprache, das ist ein ganz, ganz, ganz bester Mann, wie wir in der Kuh und in der Kinder feiern. Die Leute feiern das Wunder, ein Kuppelkandell. Halleluja, es ist sehr, sehr schau. Gott, wahre Leute, wir sehnen, dass die Straßen sind voll, voller Menschen. Die Jesu rüft uns weiter, die das Blut von Jesu. Ein Kuppelkandell, sie sind gewählt, weil der Mann Gottes war. Halleluja. Halleluja, ein Kuppelkandell. Halleluja, ein Kuppelkandell. Kostbare Leute, man kann bis zu den Enden der Straßen nur noch einen Menschen mehr sehen. Alle feiern die Wunder von Gott, die Wunder der letzten Herrlichkeit. Jesus Christus, er kommt wahrlich sehr, sehr bald. Lasst uns alle feiern. Es ist ganz erstaunlich, was hier gerade in Akkuru in Kenia passiert. Die mächtige Endzeiterweckung ist ausgebrochen. Jesus Christus kommt, kostbare Leute. Jesus Christus kommt, der Messias kommt. Wir sehen enorme Endzeitwunder. Und hier in Kenia feiern sie die enormen Endzeitwunder. Halleluja. Halleluja. Sie singen, ein Kuppel kann gehen. Halleluja. Sie singen, ein Kuppel kann gehen. Halleluja. Sie singen, ein Kuppel kann gehen. Halleluja. Die enorme Endzeiterweckung ist ausgebrochen. Halleluja. Musik Es gibt auch ein Schwach, es gibt auch ein Schwach!